Die USA 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 Wir steigen die Amtlaune Es war zu geschehen Es ist unbeschreiblich, ich habe hier vier Jahre Fußball gespielt, ich habe vier Jahre brutale Sachen erlebt, ich habe Leute kennengelernt, ich habe Bierduschen erlebt, ich habe leider keinen Aufstieg gefeiert, aber wir haben heute am letzten Spieltag das geschafft, was wir wollten und ich bin stolz, Teil dieser Familie gewesen zu sein, ich bin stolz, ein Mitglied des FC St. Pauli zu sein und ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Verein immer so bleibt und dass diese Mannschaft, die heute was erreicht hat, was ein Jahr lang beschissen war für uns alle, für mich persönlich auch, einfach nächstes Jahr zeigt, dass es eine geile Truppe ist und das nicht mehr leben muss man dieses Jahr erlebt haben, aber Viva St. Pauli, danke für vier Jahre, es hätte nicht besser sein können, danke.